Ja. Am übelsten Wind. Ich halte für Besteuerung ihm nicht so gut. Nee. Jetzt fliegt er nach Hause. Hey guck mal den Wichs an. Guck mal den Wichs an. Guck mal den Wichs an. Was machst denn du? Guck mal das an. Voll mit Absicht. Allein in Irovita hab ich dem schon Dinge gemacht. Voll mit Absicht nicht. Guck mal so schön, gemütlich. In Russland, der das jetzt kriegt, da hätte er ihn ausgebremst. Mitten auf der Autobahn. Alter, schon wieder 2,40 kmh. Zack, zack. Tschau.